hi und willkommen zurück zur jetzt wirklich sechsten folge verzeihung ich hatte in dem video hier vor also quasi in der fünften folge mich vertragen gesagt es ist die sechste folge aber es ist ja nicht so schlimm so das heutige ziel war ja wende aufzubauen aber ich werde erstmal einige zombies töten gehen aber vorerst stoppe ich mal kurz die aufnahme um zu gucken ob die musik nicht so laut ist also bis gleich so da bin ich euch schon wieder ja ich mache immer die aufnahme die aufnahme jetzt voll und am ende werde ich mal die folge im gesamten angucken in welcher sehen wie die lautstärke so war die die internetseite mit der musik habe ich unten in der beschreibung verlinkt wenn ihr mal schauen wollt und wir sind ja keine zombies doch da ja da ich vorgestern ja vorgestern meine erste folge hochgeladen habe also noch nicht veröffentlicht aber erst mal hochgeladen und ich gesehen habe das sage und schreibe eine folge hochgeladen um die 300 minuten dauert war ich doch sehr erschrocken aber ich bin jetzt ehrlich aber nicht mit viel anderem gerechnet da das internet hier nicht so ist wie es versprochen wurde aber wer hat schon so den arzt machen und noch hier sagt wir werden jetzt mal uns holz holen machen durch den somit dafür war alles sicher ja da kann man sich noch kurz die skills gucken 114 habe ich kurz so wollte ich machen genau ich wollte anfangen kisten vielleicht zu machen zum essen bei wenn wir gar nichts alles nicht schlimm die achts war auf die 1 habe ich mir die achts gelegt ja aber trotz meines schlechten uploadverhältnisses versuche ich trotzdem dass die folgen täglich kommen wenn nicht dann habe ich es entweder vergessen mal oder was heißt dazwischen gekommen naja es gibt ja so viele gründe man hat ja auch noch ein leben man muss arbeiten und hauswirtschaftliche sachen machen immer schön in sichtbar in die stadt immer schön in sichtbar in die stadt ich hoffe ihr hört sich das klicken der maus aber in den anderen aufnahmen war es auch nicht zu hören auch schon so holz holen hier oh purple berries no space genau oh purple berries no space genau also ich glaube es hört man die musik gar nicht mehr naja müssen wir erstmal ein bisschen rumprobieren wenn wir schon okay dann den kopf abreißen und wenn doch dann ist eh zu spät oh das ist ein schwein oder ein schaf ne ich mach doch mal egal super schlag super schlag super schlag yeah so cannot lift okay dann bin ich voll gepackt so erstmal erstmal werde ich mir noch pillars bauen so was habe ich hier noch drinne wooden foundation ach mal diese bodenplatten ach mal diese bodenplatten äh diese die platten ja auf dem boden liegen meine fresse mal hier morphin okay crafting so wurden so wurden und pläden wurden plattform und so das freut sich wieder mein mann kicken hier flash hider brauche ich überhaupt gar nicht so plappen plappen okay so sieben stück wieder mal schön ich würde erstmal die wand hier hinten dicht machen klick dass ich hier mit ruhigem gewissen immer schon mal eine front zu habe hier geht keiner hin ich war scheiße okay muss ich mir was anderes überlegen ne hier nicht guck mal welche kugel hier kann einer hin genau warte mal dann mach ich eigentlich alle okay so 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 jetzt war wollte ich mir wände bauen dafür brauchte ich ach die machen wooden plates davon kroch nicht mehr welche und 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 bretter ne scheiße wie ging das denn jetzt nochmal ach man ey oder muss ich dafür level 2 sein weiß ich doch nicht mehr das geht immer also schnell hier und dann doch wieder zu langsam so handy sagt doch was hier wooden post plattform pillar wooden wall zwei wooden frames und ein und ein und ein pöller noch auch scheiße und ein und ein weggeschmissen ist klar jetzt haben wir mit musik so noch mal und frames und ein pilla wo man es so ein paar würde ich nicht haben kann ich noch hinter setzen da seht ihr die erste Mauer ist gesetzt oh wie süß sie aussehen wie klein ja die erste Mauer ist gesetzt jetzt muss ich mal gucken wie lange ich schon aufnehme schön wenn man vergisst wann man aufgenommen hat aber das macht jetzt nichts denn ein bisschen holz hacken kann man noch er bringt auch Erfahrungspunkte komm schon weg so nächste Folge wird leider noch mal ein bisschen langweilig da werde ich mir Kisten bauen da ich mir wirklich mal eventuell mal leeren kann und dann fährt die Auto sehr laut los so 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 denn ja ich mache jetzt mal alles fertig und danach wenn ich auch die Kisten fertig habe dann würde ich mich mal auf eine Erkundungstour machen so ein bisschen ich habe jetzt auch die Karte die ich hier auch unten verlinkt habe zur Verfügung dann kann ich ja mal gucken wo ich so hinfahren kann so hast du hier so viel hier das Lachs und so ein Scheißdreck komm weg ok so Crafting einen habe ich so wenig Stecker gefunden tut mir leid da muss ich noch mal los keine Säge ich brauche echt eine Säge dass ich mir aus den Brettern auch noch Stecker machen kann na komm schon und zack eins zwei drei und da kann ich lift ey da sollte man drei Bretter hochheben und dann versagt er schon wieder ah wow vier Sticks im Bekosting durch ein wurden Support ja da ist auch ein guter Fortschritt hier nicht wahr craft all so wenn ich runter scrollen kann hier wieder keine lifter genau genau das ist nicht so schwer hier der knapsack hier die bretter die brauche ich und die brauche ich die loks zu brettern hier noch ein feller gemacht wo den pläts gemacht und pläten wurden pläts nicht so ok die noch mal raus genau so eine ganze wand kann er mitnehmen so das kommt ja das ist ein misst hier so boah equip kann ich das hier einsetzen diesen dort und diesen dort so dann beende ich mal die aufnahme von folge 6 jetzt wirklich danke fürs zuschauen würde mich über einen kommentar freuen und sämtliche aktivitäten die mit meinem profil zu tun haben wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wo es dann heißt wenn wir fertig bauen wenn noch kisten fertig bauen und wenn dann noch zeit ist vielleicht sogar eine säge suchen in der stadt oder halt auf erkundungstour also dann bis zur nächsten folge tschüss